Herr Kurze, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Das Thema ist ein sehr schönes. Wir gewinnen das Traditionshaus Kurze dann als Premium-Partner für unser Green Trail Projekt. Das finden wir toll, das finden wir klasse, zumal es auch thematisch perfekt passt. Das werden die Experten gleich nochmal beschreiben, weil zum Thema Green Trails gehört ja nicht nur das Fahrradfahren, das Bauliche in der Frage, wie man den Weg erstellt, sondern insbesondere jetzt auch darum gehen, dass wir dauerhaft den Betrieb organisieren. Dazu haben wir uns organisatorisch jetzt aufgestellt. Der Arme wird als Verantwortlicher für das Streckenmanagement verantwortlich zeichnen, dass das auch gut gelingt, den Parcours offen zu halten und für die Nutzung auch sicherzustellen. Dafür brauchen wir aber gute Unterstützung, weil das muss baufachlich vernünftig organisiert werden. Dafür brauchen wir Material, dafür brauchen wir Technik. Und wenn wir solche Themen aufrufen, sind wir, denklogisch, gerne natürlich bei Ihnen zu Gast. Vielen Dank dafür, dass Sie sagen, es ist ein tolles Projekt, das wollen wir gerne unterstützen als Werbepartner mit Ihrer Kompetenz, die wir natürlich gerne dann auch nutzen wollen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und dann haben wir, glaube ich, heute so ein bisschen was zu den ersten Gold-Partner, wenn man das so sagen darf, den wir vorstellen dürfen. Mehr wird aber jetzt der Geschäftsführer des Münchenprojekts, der Herr Schäfer, nochmal skizzieren. Und dann wäre natürlich auch gleich Gelegenheit, aus Ihrer Sicht eine kurze Bewertung vielleicht vorzunehmen. So können wir es dann, glaube ich, machen. Matthias Schäfer, warum müssen wir uns mit der Unterhaltung von Wegen beschäftigen? Ja, es ist relativ einfach, weil wir auf Qualität in unserem Produkt, in unserem Projekt unbedingt achten müssen. Und das ist auch das, was uns die Nutzenden zurückspiegeln. Ihr habt gute Strecken, ihr pflegt die auch entsprechend ordentlich. Das ist tatsächlich der Fall. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir so viel wie möglich an Unterstützung bezüglich der Pflegearbeiten bekommen. Die haben wir jetzt auch mit der Firma Kurze, Bauen und Leben, entsprechend erhalten. Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Wir hatten wirklich sehr konstruktive Gespräche und freuen uns, dass wir letztendlich auf euer Know-how und vor allen Dingen auf euer Werkzeug, was ihr uns entsprechend zur Verfügung stellt, dann entsprechend auch zurückgreifen können. Weil wir doch immer individuell auch agieren müssen, neben klassischem Freischnitt und Jahresarbeiten. Da liegt mal das ein oder andere auf dem Weg. Gegebenenfalls muss auch mal etwas freigeschnitten werden, was eben nicht mehr so lange warten kann, bis es Drittleister tun können. Also kurzum, wir brauchen seitens des Zweckverwandtes eigenes Material, das haben wir jetzt erhalten und können dann spontan eben entsprechend auch agieren. Und kurz, was geht's hier und wie ihr uns unterstützt? Ja, also als die Stefanie und der Matthias auf uns zukamen, das hat uns wirklich sehr gefreut. Und ich spreche da auch so ein bisschen aus Eigennutz, weil ich bin wirklich ein fleißiger Nutzer der Trails. Das heißt, ich bin also mehrmals die Woche im Eisenberg, nutze sowohl die Trails als auch den Trimpfad und habe das so hautnah mitverfolgt. Ich muss auch sagen, zu Anfang, da war ich jetzt auch ein bisschen kritisch der Sache gegenüber, weil ich dachte, ja was soll das jetzt nochmal Wege da reinzuschlagen. Das bringt ja keinen Nutzen im Sinne, weil ich kannte ja jeden Weg, jeden Strauch. Aber ich bin eines Besseren überzeugt worden. Das macht da super Spaß. Ich fahre das total gerne. Und was ich auch immer beobachte, ist, dass mittlerweile auch viele Nutzer oder Biker von außerhalb kommen. Also man sieht auf den Parkplätzen öfters die Fahrzeuge stehen mit Kennzeichen, Gießen, Frankfurt, viel aus dem westfälischen Bereich. Und das zeigt ja doch, dass die Bekanntheit mittlerweile zunimmt. Und die Leute, die da fahren, haben alle ein dickes Grinsen auf dem Gesicht. Das macht wirklich super, super Spaß. Und wir stehen voll hinter diesem Projekt. Ja, das andere ist die Pflege. Die Geräte sind notwendig, das sehen wir auch so. Ich habe selber erfahren, wo jetzt die Wachstumsphase war. Im Sommer war viel Feuchtigkeit, war auch warm. Da wachsen natürlich die Brenner in die Distel und immer dann mit kurzer Hose und T-Shirt durchführt. Ja, dann sieht man entsprechend nachher aus. Von daher ist es so, dass wir das absolut gern unterstützen und jederzeit dafür dastehen. Ja, dann möchte ich mich noch mal bedanken bei allen, die uns da dieses Sponsoring ermöglicht haben. Auch, dass wir uns damit ein bisschen bekannt machen dürfen. Und wünsche gutes Gelingen. Ja, dann wünsche ich mich noch mal.